Jo, hallo und willkommen wieder zu einem Real Talk Video auf meinem Kanal in Kev. Ja, also ich bin jetzt gerade spontan auf Justin Playback gegangen, liegt daran, dass ich mir das Video von Justin Nero angeguckt habe und da kam er auch kurz mit drin vor und ich möchte nochmal kurz einen Nachtrag zu Justin Playback starten. Ich hatte ja schon ein Video zu ihm gemacht und hab so gesagt, er heult rum, weil er jetzt aufhört und er hat wenig Aufrufe, obwohl der halt augenscheinlich seine Abonnenten vielleicht nicht bottet, aber von TikTok auf YouTube zieht, mit einer Masche, die absolut lost ist, weil man damit niemals aktive Abonnenten führen kann. Aber dazu werde ich jetzt gleich noch ein bisschen was sagen, denn Justin Playback, der war so schlau und hat zum Beispiel bei Justin Nero geschrieben, haha Noob, bei dem Thema, als Justin Nero nicht nur gebottet wurde, sondern gehackt wurde. Das heißt, Justin Playback hat Justin Nero es gegönnt, dass er gehackt wurde und seinen Kanal verloren hat. Also das ist eine Sache, die finde ich einfach maximal dreist, vor allem, dass sich das jemand rausnimmt, der 170.000 Abonnenten hat und pro Video 2.000 bis 3.000 Aufrufe macht, bei 170.000 Abonnenten. Schreibt er zu Justin Nero, haha Noob. Also der freut sich da drauf. Man muss einfach sagen, der Typ ist maximal lost und da gibt es halt jetzt mehrere Gründe, weshalb der maximal lost ist. Ich möchte da noch kurz, wie gesagt, diesen Nachtrag starten und zwar gehen wir jetzt mal ganz kurz auf seine Abonnenten zurück und zwar hat er 170.000 Abonnenten. Als ich ihn thematisiert habe, hatte der Typ 160.000 Abonnenten, glaube ich. Das heißt, der hat jetzt in der Zeit, so nach 2-3 Wochen, wieder 10.000 Abonnenten gemacht. Komischerweise hat er trotz, dass er 10.000 Abonnenten gemacht hat, weder mehr Aufrufe auf seinem Kanal, noch mehr Kommentare auf seinem Kanal, noch mehr Likes oder Dislikes auf seinem Kanal. Der Typ ist leichtbleibend, aber bekommt mehr Abonnenten. Weshalb bekommt er jetzt die Abonnenten? Der hat anscheinend TikToks oder TikTok-Accounts und sagt dort die ganze Zeit, ja, geht rüber auf meinen YouTube-Account und wenn ihr dort abonniert, könnt ihr das und das oder bekommt ihr so und so viele V-Bucks oder sonst irgendwas. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber so wurde es mir berichtet, dass das so ist und dass er ja nicht bottet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal sagen, der bottet nicht und er macht aber diese Masche von TikTok, Bro, dann ist es genau das Gleiche, wie wenn du botten würdest. Weil die Leute, die von TikTok rüberkommen und du versprichst denen, dass sie da irgendwas bekommen, wenn die dich abonnieren auf YouTube, das sind auch keine aktiven Abonnenten auf deinem Kanal. Das sind keine ehrlichen Zuschauer auf deinem Kanal. Also sind es auch keine ehrlichen Accounts auf deinem Kanal. Also ist es schon fast gleichzusetzen mit Bots. Dementsprechend ist diese Thematik mit diesem Botten oder Nicht-Botten komplett sinnlos, weil die Leute, die da draufgehen auf diesem Kanal, ihn ja bloß abonnieren wegen nichts, wegen TikTok. Und nicht wegen YouTube. Dementsprechend kann man auch sagen, dass der Typ gebottet hat. Ist halt einfach so. Und der hatte ja gesagt, dass er ja jetzt rumheult, weil er keine Aufrufe macht, weil er keine Army hat, weil er niemanden hat, der hinter ihm steht und weil er keine Zuschauer hat auf seinen Kanal oder auf seinen Livestreams. Da hat er sich ja beschwert, dass er ja nur 20 Zuschauer hat. Wie traurig. Eine Woche später hat der Typ ja ein neues Video hochgeladen und hat dann ganz stabil weitergemacht. Und auf einmal hat er wieder mit Streams angefangen. Der hat eine Woche später, nachdem er gesagt hat, der hört auf mit YouTube, weil niemand mehr hinter ihm steht und er keine Aufrufe mehr hat, macht er einfach weiter. Und hat auf einmal, ganz komischerweise, trotz dass er aufgehört hat, auf einmal den nächsten Stream 160 Zuschauer. Von 20 Zuschauern, wo er rumheult, dass er keine Aufrufe hat, hat er den nächsten Stream 160 Zuschauer. Wie realistisch ist das bitte? Kann dir das jemand sagen, wie realistisch das ist? Und komischerweise sind schon wieder Skin-Contests am Start, die halt wieder nicht aufgelöst wurden. Das heißt, der Typ macht einen Skin-Contest mit einem gewissen Preisgeld, was fake ist. Weil der lässt keine Leute zweimal gewinnen. Bedeutet, niemand bekommt jemals das Geld. Dann hat er zum Beispiel in seinem Thumbnail hat er einen 100-Euro-Schein und sein Titel heißt 10 Euro Skin-Contest live. Bro, willst du mich verarschen? Wie kann man eigentlich so extrem los sein? Aber das ist ja nur so ein Teil davon. Der Typ hatte gemeint, der hat keine feste Army oder der hat keine Leute, die ihn supporten, die ihm Rücken geben und so weiter. Jetzt eine Frage. Wie will ein Kanal, der durch Fake-Clitches groß wird und durch Fake-Gewinnspiele groß wird, wie will so jemand eine aktive Zuschauerschaft haben? Das muss mir echt mal jemand erzählen. Jeder, der Skin-Contests macht und jeder, der mit Fortnite-Preisgeldern irgendwie groß wird, den kann ich euch versprechen, der wird niemals eine feste Community hinter sich stehen haben, weil die Leute ja bloß auf das Gewinnspiel geiern und nicht auf den Fortnite-Spiele an sich drauf abgehen. Weil du hast nur eine stabile Community hinter deinem Rücken, wenn die dich als Person feiern, wenn die deine Videos feiern. Aber die feiern ja in dem Sinne bloß das Gewinnspiel, sind bloß für das Gewinnspiel in deinem Stream um da was zu gewinnen und das war's. Und dann beschwert sich so ein Keck, Alter, der hat 170.000 Abonnenten und fühlt sich mega krass, so ein Keck beschwert sich, dass der keine Aufrufe hat. Also wirklich, ich gönne ihm das, wenn der Kanal noch mehr abstürzt, ja. Weil der Typ ist nicht nur missgünstig, der Typ, der generiert Abonnenten auf eine Art und Weise, wo man nicht stolz drauf sein kann. Es ist einfach so, du kannst nicht drauf stolz sein. Der Typ ist von allen guten Geistern verlassen. Das gleiche gilt aber übrigens auch für PKTV. KroneTV hat das letzte Mal in seinem Cake News Video angesprochen. Und zwar hat PKTV sich ja jetzt umbenannt zu Zuwi68. Keine Ahnung, warum der das gemacht hat, aber das lag einfach daran, KroneTV hat ein Video zu PKTV gemacht, hat ihn kritisiert, weil der auch Fake-Clitches gemacht hat und weil der die ganze Zeit nur scammt. Und da hat PKTV gesagt, ja, das stimmt, das tut mir leid, du hast recht, bei mir, als ich da ein Video zu dem gemacht hat, hat er mich gestriket. Der hat auch nicht gesagt, ja, hier, du hast recht. Mich hat er einfach gestriket. Glückwunsch dafür, aber an KroneTV, da sagst du, nee, hier, du hast komplett recht, ich möchte mich ändern. Dann ändert er seinen Kanal komplett, sagt, er möchte sich auf Musik konzentrieren und macht eine Woche später weiter Fake-Clitches und verarscht die ganzen Leute und scammt die Leute. Ich hoffe wirklich, dass du irgendwann Lifetime-Ban auf YouTube bekommst für so eine dreiste Art, wie kann man so fucking cringe und dreist sein und so dermaßen die Leute abziehen und die Zeit verschwenden von den Leuten, da fällt mir nichts zu ein. Und das gleiche ist auch mit diesem Just-In-Playback-Store. Die fühlen sich mega krass, wenn die viele Abonnenten haben. Ein PKTV oder ZUVI68 hat jetzt 74.000 Abonnenten und ein Just-In-Playback, der hat 70.000 Abonnenten oder 170.000 Abonnenten. Wie lost kann man sein, sich darauf aufzugeilen, wenn man im Vergleich zu seinen Abonnenten dann nur 1.000 Aufrufe macht, 2.000 oder 3.000 Aufrufe macht. Also nun mal so, PKTV macht momentan pro Video 1.500 Aufrufe. Und wenn mal ein Video abgeht, macht es mal 3.000 oder 6.000 Aufrufe. Trüber ist eigentlich relativ unrealistisch. Und mir kannst du nicht erzählen, dass die Leute sich wirklich darauf einbilden können, dass die krass sind. Wenn die die ganze Zeit irgendwelche Fake-Liches verbreiten. Also ich finde, die gehören eigentlich auch Lifetime bei GTA gebannt, bei Fortnite gebannt oder bei Epic Games und man sollte denen alle Rechte entziehen in solchen Spielen. Weil ohne Scheiß, wenn Leute darauf reinfallen oder wenn es am Ende wirklich Glitches sind, dann zeigen die einen illegalen Weg, um Coins zu erwerben. So, damit fügen die einen Schaden für ein Spiel hinzu. Ich finde, sowas gehört gebannt einfach. Und ich finde generell, diese Art von YouTuber, die haben nicht auf YouTube verloren. Weil du verschwendest damit so krass die Lebenszeit. das ist echt nicht normal. Wenn jetzt wirklich Leute danach suchen, Glitch, um irgendwelche Gelder bei GTA zu bekommen oder bei Fortnite und die üben das die ganze Zeit aus und führen das die ganze Zeit so durch und machen das immer mehr und immer mehr und gucken immer mehr, was die da machen können. Wisst ihr, was das für ein Zeitverlust ist und was das für eine Zeitverschwendung ist, um Glitch nachzumachen, der eh nicht funktioniert? Ey, das ist, ich finde es dreist. Ich finde es einfach nur dreist. Es hat nichts mit Unterhaltung zu tun, das ist einfach nur eine Verarsche. Das ist Fake und das geht einfach gar nicht klar und dementsprechend kann ich den ganzen nichts Positives abgewinnen. Ich kann nur sagen, meidet den Kanal Justin Playbeck, meidet den Kanal zu wie 68 und geht gar nicht erst drauf, klickt gar nicht erst auf diesen Kanal, guckt euch von mir aus mein Video zu Justin Playbeck an, dort erfahrt ihr ja so oder so alles und damit soll eigentlich alles gesagt sein. Ich hoffe, ihr fallt nicht auf so eine Scheiße drauf rein, weil irgendwelche Glitches auf YouTube, das ist sowieso zu 99,99% Fake, ich würde sogar sagen zu 100% Fake, weil die Leute sehen es bloß aufs Geld ab, indem die viele Werbeeinnahmen darauf bekommen mit irgendwelchen Fake-Clitches und traurigerweise funktioniert es ziemlich oft auch noch, also dass sie damit Geld generieren. Ja, das wollte ich bloß mal dazu sagen, ich finde es einfach nur noch ziemlich traurig, ich hoffe, euch hat dieser Real Talk hier gefallen und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wie heißt es so schön, ich denke an das Wängchen, euer Alpha Kevin und ciao. Achso, ich muss ja hier ausmachen. Tschi, tschi.